Monty's Eisfestung zu zweit. Jetzt hast du meine Ankündigung total gecrashed. Ja tut mir leid, aber ich nehme meinen Magneten. Magneto. Und ich nehme Fragezeichen. Versteckte Dinge werden sichtbar. Anja ist jetzt endlich mal ein Panda-Yoshi und kein Kuh-Yoshi mehr. Und ich bin immer noch der Nintendo 64-Yoshi. Also ich, Nico. Und ich, Anja. Und du, Anja. Monty's Eisfestung Boss Recycling. Hi. Ja gut, was habt ihr erwartet? Ja gut, man hätte natürlich in jeder Stage auch einen neuen Boss machen können. Das wäre ganz so. Ich glaube, ich bin nicht so. Aaaaaaah. Mist. Oh Gott. Du? Oh, guck mal, wie ich rutsche auf meinen Puppen. Oh, gefehlt. Guck mal, unter uns. Was? Eiswürfel-Dingend. Nee, da ist noch ein Zeichen. Hast du das Fragezeichen? Äh, Abtauchen? Abtauchen? Oh. Oh. Sag mal das ein. Du musst das einsammeln mit deinem Fragezeichen. Was hast du denn mit deinem Fragezeichen? Was ist denn los mit dir? Du drehst ja total durch. Hast du noch irgendwas? Nö. Nö. Links und drüber. Hallo? Hallo? Na, ich hab dich gerettet. Ach, Quatsch. Nö. Nee, ist er ja nicht, ne? Du, du, du. Äh, nö. Also, ich hab nichts gesehen. Also, ich hab nichts gesehen. Äh, nichts. Mit dem hier, den da mal töten soll. Oh mein Gott. Das tut mir leid. Anja, Anja. Ich hab mich zum Ei gemacht. So, und rein da. Ach Gott. Diese rutschigen, lüppschigen. Aber guck, da sind so eine Kuddelmodel, wo man reinkam. ich hab dir geholfen ich sagte doch ja es war ja du kannst ja rechts dann schon mal du kannst ja oh mein gott anja denkt doch einmal mit hallo hat ja gut geklappt da oben rein mit dir ja ich bin dann gerutscht was soll ich denn noch machen ja ja keine probleme ich will lösung kommt so rüber da kann ich dich ja auch und da oben auch gegen ihn auch gleich das geil ich hätte das noch dagegen der hat sein ding vorne dass du komm komm doch da lass es nur darum das ist die fragen das wird bestimmt dieses sein wenn youtube mir jetzt sagt er ihr bild ist eventuell verruckelt anja kommst du noch mal so viele wege ich weiß gar nicht zuerst lang gehen soll das ist mein gott alles geht aber mein ich habe immerhin die man gelten fähigkeit da müssen wir noch eine drehung abwarten ja da kann man da jetzt und dann sind wir auch direkt hier können wir gleich oben weiter die tür auch noch mal erst rein oder erst und hier wäre hier ist ein dingsbums und ich sehe das schon ich sehe ja schon oh mein gott oh mein gott so eine doofe pflanze mehr ist hier nicht ne nö 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 nein gerade meine kugel ich wollte die auch nicht schnell kam sind aber auch unsterblich machen ja keine ahnung aber reagiert man nicht so also ich würde gar nicht ausprobieren was ist der mit ihm nicht richtig voll das aggro ding ich glaube so ein maulwurf typ wird der boss sein das ist ja ich glaube ich das habe ich natürlich gewusst so holst du den hast du schon ich habe schon also trotz dessen dass ich nichts gesehen habe aber es tut mir leid kann man auch noch unterstocken wir auf den auf die man muss dann wegspucken aber ich dachte ich auch aber das ist das war genau das was man machen ist ja das holen wir uns auch noch ja mein gott nicht ein lauf 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 doch oh mein gott anja ich dachte ich war hast du nicht gesehen dass du wieder drinnen ja schon aber ich habe gedacht ich bleibe noch aber ich habe gedacht ich bleibe aparte stehen und nein ich bin doch gelaufen ja ja mit fünf sekunden verzögerung oh gott das teilt sich auf habe ich jetzt nicht tschüss macht doch zurück weg ne wie heißt das hier select 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 mal wieder in die gänge kommt unten ist auch mehr nicht oh gott kommt ja alle her dass noch einer pinguin ja wenn ich auf mich warten nur so lange brauchst wir haben auf jeden fall alle die machen keinen schaden die pinguine das habe ich gewusst deswegen genau nein habe ich einen monster erschaffen natürlich im falschen moment springen jetzt wollte ich dich wegschlafen ich weiß nicht weil du die taste gedrückt hast ich glaube wir haben sogar alles gefunden ja jetzt darf ich nur kein schaden kriegen also töte du ihn und ich gucke mir das von hinten an dann sind wir verloren schokoladevorgang jetzt wer ausrastet ihr schon wieder wie soll das sein habe ich werde meine müdchen an euch kühlen deine müdchen ich weiß nicht was müdchen ist dass sie mehr zeit vermutet müdchen oh gott dieser helme okay weil dann sind ja unten wo er steckt nicht an vielleicht kann man jetzt auf standen dann sehr gut ja jetzt werden die zu schäbeln auch noch ja bis jetzt geht's also ja gut dass wir sie vor sich oh gott er kommt oh mein gott und nein macht das noch mal oh nein man toll ey alles für den arsch wegen dieser verfickten scheiße wegspiel oh nein da dein kackkopf ja das lassen wir jetzt so stehen beim zweiten mal hast du darfst natürlich auch da hingehen ja dann schob sich nicht weg oh du ah feinde weißt du ne das ist Teamwork for the fullest na da braucht es eher das auch so schnell mit deinem ah jetzt spuckt der dich aus blöder Pissboss freut euch noch kein gold hi m plus i ist gleich bobby ich hab's so kurz da du hast einen neuen trick ansteckers melone oder es sieht aus wie eine melone aber 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 es war die schwarz weiß ich nicht also dann könnte man wahrscheinlich die erste stage nochmal leichter machen weil man dann nicht über den scheiß sammeln muss weißt joshy ja braun ich ja braun ich ist doch herzlos oh nein wie der da oben hängt wattela wien aber das klingt schon richtig schön stressig ja also leute wenn euch die folge gefallen hat lang teilen kommentieren abonnieren und ich hänge fest zwischen euch man dann dann beh w w w w w w w w w